guten tag hier ist der gusua wieder mal und meine goblins stehen schon parat und wollen unbedingt wieder loslegen mal gucken ob wir hier noch einen coolen gegner finden ich habe im letzten video schön wieder eine mauer gezehnt und von daher läuft das auf jeden fall sehen wir jetzt haben wir nur noch 24.000 im lx bereich was aber gar nicht weiter wild ist einfach nur suchen holy moly geil der hat würde ich mal sagen gequittet und hat keinen bock mehr drauf ich meine es ist nicht viel loot es ist nicht viel loot aber ganz ehrlich ich bin doch eh im boost ganz ehrlich kommen hier gönnen wir uns mal kurz kann man das kurz mitnehmen schenkt man ihm sogar noch ein paar pokale hahaha und dann ist das in ordnung so sah nicht der hat noch was in seinen gold lagern drin das glaube ich jetzt nicht alter ok dann da hat er das noch nicht so lange in dem aufbau hat er vielleicht noch uns was sagen wollen mit der base ne glaube ich nicht hätte ja sein können dass er irgendwie sagt hallo ich quitte oder so passt auf jeden fall war jetzt nicht viel aufwand war jetzt auch nicht der mega loot aber das ist in ordnung so weit so ja kommt leute hier die 30 über die 22 kobis die brauchen wir dann nicht mehr greifen wir einfach an ja so haben wir die mitnehmen ach komm ne das ist echt das obwohl es auch also ich habe echt überlegen macht man es nimmt man es mit ich dachte oh geil weil ich hier diese mine gesehen habe dachte ich boah mega awesome ich riske das jetzt ich würde tippen dass hier drinnen 120 sind also sprich dass ich dann bei 190 stehe 190.000 denke ich werde ich am ende da noch drinnen zu stehen haben ohne läuft besser ja ein bisschen ein bisschen also lag ich aber so falsch nicht als denke ich auch gar nicht so verkehrt wenn man so ungefähr abschätzen kann was wird drinnen sein was wird nicht drinnen sein ich überlege kämpfe ich mich noch durch eigentlich ja weil so so wenig loot ist es jetzt auch nicht kann man auf jeden fall noch mal mitnehmen gucken wir mal dass wir hier mit den kobe es da noch ein bisschen was gerissen kriegen ja klar gehen alle auf die klaren burg schön ja und jetzt weil er hat das alles wirklich super zentral da sollte das eigentlich ganz gut laufen kommen meine kobe es ah ich habe den king ein bisschen zu früh gerage aber da sind die kobe es alle weg schade aber der king sollte da noch ein bisschen was reißen ich ich wollte jetzt halt einfach kein rage noch rausballern muss ich ganz ehrlich sagen und hier sollte der king soviel dazu ja hätte ich eventuell wirklich vorher noch den die die kobe es alle gerage denn wäre es noch besser gewesen so ist hat halt ich habe es wirklich aber auch okay passt jetzt ja seid ihr wieder dabei nächste mauer einfach mal so ganz gönnerhaft und hier noch mal der beweis alles löschen wir sind bei zwölf mauern und geben weiterhin noch richtig schön gas gucken wir mal wie lange der boost noch geht alter wir haben noch 20 minuten richtig richtig nice auf jeden fall richtig richtig nice und wir werden uns jetzt noch mal ein paar andere fights angucken ja was will man dazu sagen das ist natürlich echt eine coole geschichte hier wenn man dann sogar noch die truppen bei hat wenn man wirklich eben nicht nur diese minen und sammler haben soll in dem bereich sondern halt auch wirklich komplett die lager da sind die truppen natürlich cool klar go white kostet halt auch ein bisschen was aber ist dann vollkommen in ordnung wenn man sieht okay ja das lohnt sich dann ist das vollkommen in ordnung vollkommen legitim der bananakiller aus dem clan banana auch nicht schlecht der rage war unnötig der war also dieser hier war unnötig ich will auch mal sagen dass das einfach nur unnötig war so hier ja packers rasieren hier ordentlichst hau mal den king auf jeden fall ein bisschen höher hier mit vier der hat definitiv noch die nächste bille die verdient ja klar jetzt kümmert sich der king um den golem auf jeden fall und ja helden 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 mit gift fange ich gar nicht erst an mittlerweile echt weil lohnt sich nicht die kriegt ihr nicht klein damit und und deswegen lasse ich das immer weg neopast einwandfrei richtig schön knapp ne mille einwandfrei auf jeden fall das läuft ja klar das brauchen wir uns nicht mehr antun das bisschen da eduard oder edward hat's aufs dunkle abgesehen hat er geschrieben klar in dem fall ey wir haben einfach mal zwei gemäxte borer klar beim townhall 9 und da kann man schon natürlich ordentlich was rausholen und hier eben wieder dieser dieser bereich wo man denkt wie 2000 also wenn man denkt oder ja minen und sammler sind ja gar nicht so voll ja reicht aber weil der borer natürlich viel schneller komplett voll ist und dann ist das immer wieder wirklich ganz 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 wichtig achtet drauf wie sieht der borer halt aus vom füllstand her das könnt ihr hier dran erkennen wenn wenn es jemand noch nicht weiß so ist der halt komplett leer hier dieses teil und sobald ihr den eben richtig schön schwarz habt dann wisst ihr hier brennt richtig das feuer auf jeden fall der werthaut raus hat barge und minen und sammler sind gut voll aber wir sehen halt da ist halt eben auch noch einiges in den lagern drin ich weiß gar nicht von wo würde ich jetzt kommen wir haben noch die hälfte der troops sind komplett dabei ist halt so tricky war hier haben wir ein inferno klein moment ich muss mal gerade gucken haben wir noch einen anderen entfernung irgendwo weil ansonsten würde ich eventuell weil wir haben den sogar auf multi Ich glaube dann würde ich nicht von der seite kommen aber schauen wir mal wozu sich der wert entschieden hat Ich weiß nicht würde ich von hier kommen ne guck mal hier hier haben wir noch den sammler komplett voll Der wurde hier an der be an dem bereich noch gar nicht so wirklich angegriffen dann würde ich glaube ich von hier kommen Gucken wir mal wie der wert das hier Reinhaut oder raushaut Ja im unteren bereich ganz genau also beziehungsweise im Linken bereich und eben auch unten noch Hier wie gesagt der sammler ist wichtig der ist richtig wichtig Und da wird jetzt richtig genascht ganz genau Alter zieht euch das bitte mal rein er hat schon 400.000 es sind noch 400.000 da Alter verwalter Ja das der rest wird jetzt tricky klar aber ganz genau hier und dann noch Die beiden sollten noch machbar sein auf jeden fall King geraged einwandfrei Schade der king hat sich a schade der hat sich da echt An der mauer halt die zähne ausgebissen schade das wäre nämlich sonst noch richtig nice aber ansonsten schon schon ganz nett auf jeden fall Hier haben wir wieder ein gegner wo man sich auch wieder fragt warum hast du es so hingestellt Ich meine klar kann er jetzt hier riesenbomben am start haben ohne ende aber ich meine dass wenn ich es wirklich so easy bekomme Dann nehme ich das auch mit ich meine klar kann natürlich sein dass er sich gesagt hat gut okay genau darauf habe ich es abgesehen Gucken wir mal was wir hier in so einem sammler drin haben 8000 Ja 6000 lohnt sich also nicht brauchen wir nicht weiter raushauen hier Immer ein bisschen free loot ist drin Läuft ich ich bereue das auf keinen fall dass ich runter gegangen bin Hier weil wirklich loot mäßig ist in ordnung und ich wurde oben in dem bereich wirklich mit meiner base so krass ist meine base ja nicht Also von der aufstellung her wurde ich halt wirklich dann ganz ganz oft mit dem earthquake angegriffen Nicht getreestart aber ja ist ja auch egal ich meine wenn der loot dann weg ist dann ist auch doof Also das muss man sich dann auch nicht geben Hätte ich auch gedacht wieder lecker aber Das gab dann doch nicht so viel Hier haben wir doch wieder richtig lecker loot alter LL 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 Yeah lecker loot Juhu Sehr geil Einfach nur Ultra fantastisch Und guckt euch bitte an 30 kobis bis jetzt verballert Gebt euch das bitte Hier noch schönes dunkle wegnaschen Heißt nicht natascha sondern naschtascha He 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 sehr geil Ach ja Sehr sehr geil Guckt es euch an Mit ja Dafür liebe ich dieses spiel einfach dafür liebe ich es einfach So episch Sehr sehr geil schon wieder Ja also ich glaube also keine zehnmal geskippt auf jeden fall Und wir haben schon wieder richtig gut Oh ich bin so froh dass ich runtergegangen bin echt Kriege ich zwar da jetzt das dunkle nicht Weil ich jetzt da nicht unbedingt mit meiner Obwohl ich kann mit der queen kurz rangehen Und in dem bereich kurz noch das dunkle zocken So gucken wir mal ist da noch was Ne viel mehr ist da nicht Dann kann ich die queen gleich wieder retten Dann liegt die nicht so lange down Und dann passt das So hier kobis Ja komm gleich nochmal Hier Würde ich auch gerne mal gucken Ich würde es gerne mal an einer stelle probieren Wie viel wir hier bekommen Oh doch das lohnt sich Sah jetzt nicht so viel aus Aber doch doch das Das ist okay Jo Mehr nicht also reingehen tue ich nicht Aber Das war definitiv okay Jo läuft Das hat sich definitiv gelohnt Gucken wir mal wie es Bei den anderen aussah Hier noch ein Angriff vom Wert Gucken wir Lassen wir uns nochmal kurz Revue passieren Also Barge ausgebildet Wir haben ein Inferno leer vom Gegner Wir haben sehr lowe Helden vom Gegner selbst Also das ist auch ganz easy Und mega krasser Loot Also ich glaube Ich glaube ich würde Von der Seite hier anfangen Und wirklich einmal rein marschieren Weil ich wirklich auch das Gold haben wollen würde Und dann wirklich nur Von außen hier noch ganz leicht Hier mit Bogies Rangesetzt Dass die gerade noch so Das clearn können Aber gucken wir mal Wie er es macht Der Wert auf jeden Fall Okay Er fängt gleich Er geht gleich in die Vollen Okay Hätte ich nicht so gemacht Aber okay Vielleicht Schauen wir mal Wie das hier wird Weil ich hätte gesagt Oh komm Wir müssen Wir müssen ins Innere Weil das schaffst du jetzt nicht mehr Glaube ich nicht Kann ich Aber die Zeit läuft wiederum noch einiges Aber guckt mal hier Wir haben hier Ein jeweils Magiaturm Der splasht alles weg Ganz klar Ja genau Und schon sind die Truppen weg Genau Also Trotzdem guter Loot Auf jeden Fall Jetzt gucken wir mal Wie du mit den Mit den Helden Verblieben bist An einer Stelle rein Klar logischerweise Da wo nicht der Inferno ist Klar Der Single Inferno Der hätte dir richtig Eine über den Kopf gebraten Queen würde ich langsam Auch mal ragen Also Die Ability nutzen Ejo Passt Ich Wirklich Ich will Absolut gar nicht meckern Aber da wäre eventuell Wirklich Wäre da noch mehr machbar gewesen Haut mal eure Taktik dazu raus Was hättet ihr gesagt Also ich hätte halt wirklich gesagt Eben auch vom Vom Inferno halt logischerweise nicht Und dann wirklich Ganz easy Wirklich nur so ein bisschen Draußen probieren Wirklich dass man da die Die Minen und Sammler Wirklich schön wegfarben kann Die Kasernen und sowas Da hat Werd ja dann einfach Komplett auch Drüber hinweg gespammt Hätte ich gar nicht weggemacht Warum braucht man Nicht aber Trotzdem Mega nice Brauchen wir nicht drüber reden Passt Zumal in Kristall 1 Sogar noch Da ist das Läuft das auf jeden Fall So und hier haben wir den nächsten Ey wirklich wieder Keine 10 mal geskippt Keine 10 mal Hier muss ich definitiv Den Sammler im Auge behalten Auf jeden Fall Dass ich den auch noch Definitiv Wegnehme Und da gucken wir mal Da wären natürlich jetzt Das wäre wirklich Da wären Bogies Natürlich die Truppe des Tages Ganz klar Ich gucke dass ich Eventuell rankomme Ohne dass der Magiaturm los Splasht Da war der Minenwerfer zwar durch Aber das ist nicht weiter schlimm Weggeholt Und dann jetzt Aha da wird es echt critical Da wird garantiert Der Magiaturm losballern Aber das möchte ich mitnehmen Definitiv Das sind einfach nochmal 80k Die ich im LX Bereich Ja klar Ah scheiße Oh nein Na ach klar Logisch Junge Junge Hier Helden rein und so So bam Jetzt lassen wir einfach mal Kurz den King sprechen hier Der King macht sein Ding Und rennt durch den Ring Passt Einwandfrei Geiler Loot Also wirklich Loot ist Mega da Auf jeden Fall Kann man einfach nur sagen Richtig Richtig nice Das soll es dann auch schon wieder gewesen sein Ich sprenge hier wirklich die Zeit Ich hoffe Ich hoffe dieses Ja Farming Zeug gefällt euch Jetzt Weil es einfach wirklich Man hat wieder was Was man von der Sicht von der Seele reden kann Ganz klar Und Ich juck dir meinen scheiß Mückenstich Und Ja ich hoffe Da habt ihr Spaß dran Klar ist jetzt ein bisschen einseitig Aber Loot ist Loot oder Das bin ich mal ganz ehrlich Und man kriegt hier relativ schnell Also das passt Ich werde höchstwahrscheinlich Dann nochmal boosten sogar Das war es von mir Ich hoffe ihr hattet Spaß Ciao 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 Ciao